Und dann Moinzen zum Spielfazit nach der Klatsche in Belgrad und ihr wisst wie es hier läuft, ein bisschen Spielverlauf, was ich mir aufgeschrieben habe, an Notizen während des Spiels und dann eben so ein bisschen Spielfazit-Charakter fangen wir an. Deswegen wird es hier wahrscheinlich ein bisschen durcheinander sein, auch weil ich hier und da mal ausschwenken werde oder abschwenken werde. Kalle Stenzel Masterclass war die erste Notiz nach der Aufstellung, weil es war, glaube ich, recht überraschend, dass er den gebracht hat auf rechts hinten. Dazu auch wieder Wagnermann rechts vorne, weiß ich nicht, den Move verstehe ich nicht. Eines der ersten Male überhaupt seit Hoeneß, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann oder mir nicht ganz klar wird, was er damit vorhat oder warum er das macht. Wenn du trotzdem noch einen Reader hast und sowas, verstehe ich den Move nicht, da einen Wagnermann auf rechts vorne zu spielen. Fand ich weder gegen Bochum noch gegen Belgrad jetzt wirklich besonders gut. Ich hoffe, dass jemand Bremen nicht nochmal, aber das ist die Sache des Trainers nicht meine. Dann, jawohl, ja, weil ausgerechnet Demirovic das Positive, die positiven fünf Minuten dieses Abends 0 zu 1 direkt geführt. Auch recht simples Tor, steht da frei, haut das Ding rein und eben gerade in Demirovic. Wo man dachte, ey, komm, der muss langsam mal netzen, hat genetzt, war ich auch, hatte ich irgendwie mal das Gefühl, dass der in Belgrad trifft, hat er auch getan. Hat am Ende halt leider nicht viel geholfen am Ende des Tages und dahin schon geschrieben, jetzt macht sie fertig. Also sportlich gesehen logischerweise eben mit dem ersten Mal abschwenken hier, abschweifen hier, nämlich für diesen Nachmittag ist da auch die Notiz. Ihr habt es eh alle mitbekommen, was passiert ist, es wurde berichtet, ja, von den Fans berichtet, von Zeitungen berichtet und so weiter und so fort. Nummer eins, an der Grenze umgedreht wieder, an der Grenze Serbiens umgedreht sind die organisierte Szene, also knapp 500 Fans waren es, glaube ich, sind umgedreht nach scheinbar, oder so wie es klingt, menschenverachtenden Kontrollen. Wir hatten eine hundertprozentige Beschäftigung, kriegst du davon wahrscheinlich eh nie, aber der VfB hat auch in Serbien rausgehauen. Presse hat es berichtet, die Fans haben berichtet, das wird schon alles so gestimmt haben in 90% der Fälle, was da berichtet wurde, sag ich mal. Das ist schon mal der Wahnsinn, da war die Rede von Nacktkontrollen und Schieß mich tot, also völlig verrückt. Das Problem bei der Sache ist ja, dass das ja nicht mal mehr überrascht. Also wir wussten alle, Belgrad auswärts wird eine heiße Nummer, also ich weiß auch jetzt nach den Vorkommnissen, warum ich nicht nach Belgrad bin, auch wenn natürlich manche auch einen entspannten Trip hatten nach Belgrad, ich glaube die meisten, die mit dem Flugzeug hingeflogen sind, nicht mit dem Bus und sowas, haben berichtet, dass alles entspannt war, mit Shuttlebus und so zum Stadion und es gab auch genug, die wahrscheinlich ein gutes Erlebnis hatten, also vom Grundsätzlichen her, nicht vom Spiel, aber eben sehr viele nicht und da gehören eben die an der Grenze mit dazu, die umgedreht sind wieder wegen krassen Kontrollen. Aber wie gesagt, die sind ja erwartbar gewesen, die haben ja selbst in der Bundesliga hier und da mal übergriffige Kontrollen. Trotzdem bleibt es der blanke Wahnsinn, auch wie geduldet das ist, wie sich das durchzieht, wie oft das hier passiert. Deswegen auch da ein gutes Statement vom VfB dazu und eben was dazu noch der blanke Wahnsinn war. Man hat Videos gesehen, die auch irgendwann, glaube ich, verifiziert wurden, dass es auch von heute sind, weil das ist wieder Thema Social Media. Da kannst du auch einen Clip raussuchen von vor acht Jahren und sagen, ey, guck mal, das war genau das. Solange das Ding pixelig ist, kann es von jetzt pixelig sein oder pixelig von 2008, so von dem Ding, aber wurde verifiziert in den meisten Fällen, dass da wirklich einzelne VfB-Fans aufs Maul bekommen haben von großen Gruppen, von Ultras, vom Roten Stern. Und das finde ich, das ist einfach abartig, das ist auch einfach nur feige, das ist einfach nur albern, auf einzelne Fans zu gehen. Es gab irgendwelche abgeklärten Kämpfe oder abgemachte Kämpfe zwischen Huls und sowas. Das ist dann wieder deren Thema, sollen sie machen, wenn sie das unbedingt wollen. Auch da ging es wohl nicht ganz fein zu, aber ich sage das nochmal eine andere Geschichte als normale VfB-Fans, normale VfB-Passanten, weil das ist ja nochmal der nächste Indiz, wenn die organisierte Szene, die ja hauptsächlich wahrscheinlich oder fast nur mit dem Bus angereist ist, eben nicht angereist ist, wieder umgedreht ist, weißt du ganz genau, da wird sehr viele getroffen haben, die eben nicht organisiert sind und ganz normale VfB-Fans waren, vielleicht ein, zwei Wörter zu viel Deutsch gesprochen haben und auch Small bekommen haben. Und das geht einfach nicht, deswegen auch das Statement von VfB dazu, sehr, sehr gut. Solche Zustände sind nicht hinnehmbar, sagt Alex Werle als Stellvertretender, sage ich mal. Und das sind sie auch nicht, fertig aus, sind sie nicht. Deswegen da gerne das Statement durchlesen, gutes Statement von VfB. Gucken jetzt, ob man irgendwie was machen kann, keine Ahnung, Protest einlegen, whatever, weil das kann nicht sein. Das ist auch nicht das erste Mal, ist auch ja nicht nur bei uns. Ich glaube auch Dortmund hatte in Zagrapp hier und da Probleme und andere Vereine berichten es immer wieder. Ja, das ist eine Thematik, die darf nicht sein, aber ist halt immer noch so und wird irgendwie nicht ganz geregelt oder nicht ganz nachgegangen, weil sonst wäre es wohl nicht mehr so oder nicht in der Häufigkeit so. Und das ist ja auch, wie gesagt, nicht nur auf Belgrad bezogen, auch generell dieses Feindbild-Fußball-Fan ist immer noch zu groß. Ihr kennt mich, ich heiße auch absolut nicht alles gut, was die Ultras tun, wofür sie stehen oder irgendwelche, ja, eigenmächtig aufgestellten Regeln. Ich glaube, das ist bei mir vor allem das größte Thema, wisst ihr ja. Aber grundsätzlich im Gesamtbild bin ich schon noch auf der Seite, dass ich sage, dieses Feindbild-Fußball-Fan ist mir zu groß und ist mir zu verbreitet. Und im Gesamtbild wird das schon hier und da ein bisschen bodenlos behandelt. Deswegen gesagt, da wird es eine Prüfung geben, rund ums Belgrad-Spiel, was alles vorgefallen ist. Sehr, sehr schade, dass sowas vorfällt und hoffentlich gibt es da wirklich auch mal was. Ich bin ja nicht hoffnungsvoll drin, ich glaube nicht, dass das passiert, aber an sich hoffe ich mal, dass da vielleicht irgendwas passiert aus den Protesten raus, aus den Prüfungen raus, dass man vielleicht irgendwie als eine Art Paukenschlag benennen kann. Aber wie gesagt, ich bin da nicht wirklich positiv, weil es ist schon immer so oder schon lange so und hat sich auch da nie geändert von dem her. Ja, und damit zurück ins Spiel. Harter Cut, aber zurück ins Spiel. Es war so klar, Silas 1 zu 1 macht das Ding ganz easy. Nicht gejubelt, feiner Kerl, alles in Ordnung. Es war verteidigt, ja, nicht verteidigt. Genauso wie es 2 zu 1, das war auch nicht verteidigt. Schlagen da zwei, drei Leute einen Ball vorbei. Ich glaube, vor allem Karasow war es 2 zu 1, 31. Und da bleibt es dabei, habe ich auch geschrieben. Frühe Führung bleibt für uns offensichtlich einfach kein gutes Zeichen. Das war so dieses Freiburg-Ding. Auch da war es Team Übrig früh geführt, erster Spieltag. Boah, cool, guck mal, es läuft halt genauso weiter. Und danach, ja, kam halt nichts mehr. Und bei uns ja auch, fünfte Minute, gestern in Belgrad, danach kam nichts mehr. Danach war, jo, geil, guck mal, läuft doch in Belgrad. Guck mal, es ist ja wirklich die, die man abschießen muss, so in der Champions League. So vom Verein her. Und guck mal, die haben ja wirklich 0 Punkte, geil. Fünfte Minute, 1 zu 0, entspannt. Machen wir uns einen Lockeren hier. Und das hat sich gerecht, diese Einstellung. Thema war nochmal kurz, dieses fauler Mittelstädt. Oder eben am Ende sage ich es nicht faul von Silas an Mittelstädt. Aber, ja, wie gesagt, so einen Elfer möchte ich an sich auch nicht haben. Aber das wurde schon mal gepfiffen. Würde ich zumindest mal ganz kurz mit reinwerfen. Dieser Klassiker, Zitat immer jedes Mal aufs Neue, das wurde schon mal gepfiffen. Ich glaube auch ein paar Stunden danach bei Liverpool Madrid wurde mehr oder minder ein ähnlicher Elfer gepfiffen für Madrid. Bei uns halt nicht. Ob das was geändert hätte, ja. Weil dann hätte es vielleicht 2 zu 2 gestanden. Wobei wir über unsere Elfer auch nie wissen, das ist ja auch klar. Aber nur das dazu. Und auch ganz klar so deklariert hier als Außenthema. Weil am Ende ist da gesteht ein 5 zu 1. Und daran hat diese Elfer-Szene jetzt nicht viel damit zu tun gehabt. Auch da schon geschrieben, Hexenkessel ist das akustisch nicht. Auch da komme ich später im Spielfassig noch dazu. So ein bisschen. Und auch da wird nochmal das Wagnumann-Ding hingeschrieben. Das erste weiß ich nicht. Raffe, was Hoeneß da für Filme schiebt. Oder was der da für eine Idee hat. Da geht ein Stenzel raus zur Halbzeit. Und ein Rieder rein. Ja, Stenzel war nicht gut. Keiner war gut. Aber ich fand ihn zumindest mal besser als ein Wagnumann. Ich hätte eher gedacht, dass er jetzt Wagnumann raus und Rieder bringt. War vielleicht anders gedacht. Dass eben Rieder vorne, Wagnumann hinten mehr Tempo. Auch fein. Aber an sich rein personell. Nicht taktisch. Rein personell hätte ich eher wahrscheinlich Wagnumann runtergenommen. Statt ein Stenzel. Aber, ne. Und jetzt auch da wieder hingeschrieben. Schließt halt mal ab, Alter. Weil das ist dasselbe gewesen. Wir hatten ja nicht viele zwingende Szenen. Ist ja klar beim 5 zu 1. Aber auch da, das bleibt mir in der Liga immer irgendwie hängen. Das bleibt beim Spiel gestern wieder hängen. Die schließen nicht ab. Die haben keine Lust auf Abschluss. Das krasseste Beispiel ist ja jedes Mal aufs Neue ein Karasor. Da habe ich auch hier nochmal zwei, drei Stichpunkte drunter geschrieben. Sehe ich gerade. Karasor offensiv macht mich fertig. Weil er macht mich fertig offensiv. Du könntest wirklich meinen, er möchte kein Tor schießen. Aktiv nicht. Ich glaube, irgendeine Flanke kam, die kam ganz gut. Und der Köpf das Ding gefühlt wie ein Abwehrspieler eher raus als Richtung Tor. Jedes Mal, wenn der irgendwie mal 16 Meter freies Schuss hat, gibt er den Ball nochmal ab. Also, das finde ich, keine Ahnung. Professioneller Fußballer. Klar, das ist nicht eine Rolle als Mittelfeldspieler. Da hinten defensiv. Dann gibt man halt so einen Sturm mal ab. Ist alles in Ordnung vom Grundsatz. Aber professioneller Fußballer, den darf ich auch mal zutrauen, auf 16 Metern das Tor zumindest mal anzielt und anpeilt. Ob er dann drin ist, ist die andere Geschichte, aber zumindest mal aufs Tor bringt das Ding oder einen Kopfballer aufs Tor setzen kann. Aber das wirkt, wie gesagt, ich will mich gar nicht zu sehr auf Karasor einschießen. Aber das passt ja bei ihm irgendwie ins Bild. Seit Jahren nicht mehr getroffen. Außer dieser eine Elf oder ein Pokal in Münster. Aber das ist echt so ein Ding, wo ich mir denke, keine Ahnung. Bei dem habe ich langsam echt das Gefühl, er möchte nicht schießen. Er möchte kein Tor erzielen. Das habe ich langsam echt so das Gefühl. Auch da nochmal hingeschrieben. Gefühlt nichts passiert und trotzdem 2 zu 1 hinten. Das war so ein ganzes Spiel lang durch. So ein komisches Feeling. So weiß ich, was ich anfangen soll mit dem Kick. Kein Feeling, ob man es noch drehen kann oder nicht dreht. Was jetzt passiert, dann war es eben 2 zu 1 zur Halbzeit. Insgesamt aber alles so ein bisschen zu lasch gewesen, zu lulli gewesen. Aber das andere Gefühl, auch das kommt nachher nochmal im Spielfazit, glaube ich, dazu. Du hattest trotzdem das Gefühl, oder ich hatte trotzdem das Gefühl, du kommst hier mit 3, 4 guten Pässen, kommst du durch. So, es liegt nicht daran, dass sie es nicht können. Also, wenn die mal aufgedreht haben, die paar Mal, mal 2, 3 Scharfe, das hat auch gefehlt. Also, die Passschärfe war 0 da. Aber mal 2, 3 Pässe mit Schärfe gespielt, haben 2, 3 Mal angezogen, haben, hast du gesehen, die sind einfach klar besser fußballerisch als diese Belgrader Mannschaft. Aber sie machen es nicht. Sie machen es einfach nicht oder haben es nicht gemacht gestern, müssen wir ja in der Vergangenheit reden. Sie haben es nicht gemacht und das ärgert, glaube ich, mit am meisten. Die haben sich auf dieser Führung ausgeruht und, ja, das war einfach schön Wetterfußball in Belgrad. Das passt schon in dem Satz, dass es einfach Widerspruch ist, schön Wetterfußball in Belgrad. Das funktioniert nicht. Schabot, Schabot, Fernschuss braucht es, um wieder was zu spüren, habe ich hier geschrieben. Nette Notiz. Aber, ja, das ist halt, ja, das war nichts. Das war zu wenig, das war, wie gesagt, das war Lulli, auch da schon geschrieben, auch das kann man beim Spielfazit nachher, wenn man bei dem Restprogramm in der Champions League oder generell bei dem Programm aus den 8 Spielen nicht weiterkommt, ist man eines Tages auch selbst schuld, aber wie gesagt, der Ausblick dann später nochmal. Belgrad war näher dran am 3-1, dann fällt es auch, wann war das 65. rum oder sowas nach einer Ecke, auch da, keine Ahnung. Niemand, der die Schuld geben möchte, die ist auch eklig getreten, auch von hinterher dem Pfosten. Trotzdem eilt er halt vor allem in Übel irgendwie random durch seinen Fünfer und hat keinen Zugriff und auf einmal ist er drin. Ja, 3-1, aber auch das habe ich hingeschrieben, billig nach einer Ecke, fehlte auf der Bingo-Karte, jetzt hat man es abgehakt. Das war leider wirklich eine peinliche Nummer, überheblicher Auftritt. Und auch hier nochmal geschrieben, kein Ding von man konnte nichts, sondern man wollte nicht, ganz klare Geschichte. Und ja, man hat einfach nie so richtig angezogen. Dann hier schon direkt so ein bisschen, ja, galgenhumormäßig geschrieben, ihr seid so geil, 4-1. Und dann wurde es auch noch ein bisschen, ja, dann kamen eigentlich nur noch negative Geschichten hier. Null-Bock-Auftritt, Traben dahinterher, das gibt es nicht. Endlich, bei mir wir uns mal so richtig, Torverhältnis auch kaputt gemacht. Auch das ist natürlich maximal dämlich in so einer Liga-Phase, in der Tabellenphase, wo es darauf ankommen könnte, auf ein Torverhältnis. Haben es schön kaputt gemacht mit 4 oder minus 4 Toren in diesem Spiel, völlig sinnbefreit. Belgrad singt auf Wiedersehen, da haben sie natürlich auch ein paar drüber aufgeregt oder so, aber da muss ich sagen, das musst du respektieren. Also, dass die das singen, das hat schon was, das war schon lustig, kann man so machen. Wie gesagt, ich rede die Belgrad-Fans nicht gut, also vor allem die paar, die eben sich ausgelassen haben auf den Straßen unter anderem. Aber so rein von diesem Fan-Ding her in dem Stadion, du schießt deinen Gegner gerade 5-1 ab in der Champions League, singst auf deren Sprache, singst du auf Wiedersehen. Das ist schon witzig, also wie gesagt, das hätten wir als Belgrad-Fans auch gemacht, deswegen, da sehe ich kein Problem, muss man respektieren. Und auch hier nochmal geschrieben, ich hoffe, dass sie verantwortlich eine richtige Krawatte haben nach dem Spiel, das erste Mal, dass ich da wirklich drauf hoffe. Und ja, dieses Spiel, ja, war nix, wie gesagt, das war nix. Jetzt kommen wir so ein bisschen schon in diese Spielphase-Region, 5-1 auch noch gefallen, auch nochmal lockeres Tor kassiert, ganz simpel. Aber wie gesagt, auch das nochmal zusammenfassen, dieses Spiel-Fazit quasi. Die hatten das Gefühl, die gewinnen das, die hatten das Gefühl, wir haben es, fünfte Minute, 1-0, cool, entspannt, läuft die Nummer, easy, fahren wir heim. War eben nicht, das war wirklich ein Null-Bock-Auftritt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die haben ein-, zweimal angezogen. Du hast gesehen und du weißt es ja auch vom Kader her, du weißt es vom Saisonverlauf her, wie sie schon gespielt haben. Der Sieg bei Juventus, dies, das. Die sind fußballerisch so viel besser als Belgrad, aber sie haben es nicht gezeigt. Sie wollten nichts, sie hatten gar keine Lust. Das war kein Ding von nicht können, sondern von nicht wollen. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten sauer macht. Das habe ich auch so noch nie gesehen, seitdem Höhles hier am Amt ist, glaube ich. Selbst so Niederlagen wie in München, das 4-0 oder irgendwie mal das in Freiburgi-Saison, um die anderen beiden wahrscheinlich, ja, die drei schlechtesten Spiele insofern mit Belgrad, die Saison zu nehmen. Tja, das war trotzdem ein anderes Gefühl nach den Spielen als das, weil das war wirklich null Bock und sich abschießen lassen in Belgrad. Plus eben, wie gesagt, ich möchte da Belgrad gar nicht runterreden, überhaupt nicht. Champions-League-Mannschaft, Rekordmeister da drüben, großer Verein und so weiter, traditionsreiches Stadion, alles fein. Aber auf dem Papier gibt es hier nichts, warum du in Belgrad 5-1 verlieren solltest. Es gibt nichts her auf dem Papier, nichts. Das war alles Einstellung, das war null Bock, das war schön Wetterkickerei. Das war schlecht, fertig aus und das macht sauer, die Art und Weise macht sauer, weil ich bin ja auch der Erste, der nach einem 4-0 in München sagt, ey Jungs, ruhig, ruhig, passiert mal, verlierst du mal, bis zum 0 war es okay. Freiburg, ja, komm, erstes Saisonspiel, alles in Ordnung, ne. Ich bin der Erste, der die Spieler, keine Ahnung, alles quasi verteidigt, sag ich mal. Nach dem Spiel, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen in der Insta-Story von mir, textlich gesehen, das Spielfazit direkt nach dem Spiel gestern, kann ich es diesmal nicht. Ich kann es diesmal nicht schönreden, nicht schön saufen, irgendwas. Das erste Mal wirklich, wie gesagt, wirklich das erste Mal unter Hönes, dass ich wirklich aktiv sauer war auf die Mannschaft nach dem Spiel. Aktiv sauer. So, wie gesagt, ich bin der Erste, der auch an jedem kleinen Ding noch zieht und sagt, komm, das kleine Ding haben wir doch noch, ne, so negativ müssen wir gar nicht sehen. Aufs Gesamt-BC ist es auch nicht negativ, da komme ich wahrscheinlich gleich noch dazu. Aber auf das Spiel gesehen gestern gibt es für mich nichts anderes, außer sauer zu sein. Muss ich ganz ehrlich so sagen, da bin ich es erstmal wirklich richtig hart ins Gericht oder immer noch, jetzt auch nach einem Tag, einem Arbeitstag, Abstand auf dem Spiel, immer noch sauer darauf, auf so eine Art und Weise, auf so ein Spiel. Das ist einfach schlecht und das muss ein Ausrutscher bleiben. Aber auch da, wir trennen es mal positiv. Ich glaube, ich habe die meisten negativen Punkte rübergebracht und hier auch abgehakt vor mir. Andersrum gedreht, ich glaube auch sehr daran, dass das eben genau das bleibt, nämlich ein Ausrutscher. Ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal so eine Leistung abliefern, weil es eben eine Nummer war, ein Spiel war, völlig außerhalb der Norm. Das hat ja nichts mit dem normalen VfB zu tun, mit dem VfB zu tun, den wir schon gesehen haben, den wir auch noch sehen werden. Das war ein kompletter Ausrutscher, komplett außerhalb verlieglicher Normalität, in Sachen Leistung, Einstellung, whatever, allen zusammen. Und von dem her glaube ich auch, dass das ein Ausrutscher bleibt. Und natürlich ist jetzt auch ganz klar, Champions League war klar, die drei Bs, Belgrad, Bern, Bratislava, da musst du die Punkte holen, wenn du weiterkommen möchtest. Jetzt hast du es dir halt nicht einfacher gemacht. Jetzt hast du halt gesagt, gut, in Belgrad kannst du einen Punkt holen oder holst in Bratislava nur einen Punkt, beides eklig, beides so ein bisschen Hexenkessel. Wobei, den Punkt habe ich ja vorhin angesagt, dass ich nochmal darauf eingehe, weil auch das ist für mich bei dem Spiel, um das kurz zu machen, keine Ausrede. Das war für mich klar nur vom Fernseher, ist auch klar, aber vom Ding her war das für mich kein Hexenkessel, kein, keine Ahnung, angsteinflößendes Ding oder irgendwas. Das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Das ganz kurz gefasst, ich lasse es nicht als Ausrede gelten, da jetzt dann für das Spiel gestern mit Hexenkessel und ungewohnt und wow zu kommen, nee, überhaupt nicht. Das lasse ich da nicht, kleiner Effekt hat sicher gehabt, aber das gilt für mich nicht als Ausrede für dieses 5 zu 1, aber Champions League geht immer noch. Du hast ja irgendwie diese Statistiken von mit 10 Punkten kommst du zu über 80% weiter, 11 Punkte bist du quasi sicher durch, also in diese Top 24, da brauchst du halt 6 Punkte für oder eben gar 7, heißt Bernd-Bratislava sind nicht mehr Pflicht, sondern komplette Pflichtaufgabe. Wenn du weiterkommen möchtest, musst du Bernd schlagen und musst du Bratislava schlagen, weil gegen PSG geht zu Hause auch vielleicht was, aber das ist eben nicht so drin oder nicht so in Anführungszeichen, nach Belgrad doof gesagt, aber nicht so garantiert, wie es gegen Belgrad ist, äh, gegen Belgrad ist, gegen Bern ist oder gegen Bratislava ist, ist es gegen PSG halt nicht, so von der Wahrscheinlichkeit her, vom Gegner her, wie gesagt, zu Hause geht er vielleicht auch noch was am letzten Spieltag, aber darauf darfst du es nicht ankommen lassen, das heißt, Bern und Bratislava liegt ordentlich, ordentlich, äh, ja, Wucht drauf, da liegt eine Wichtigkeit drauf, sagt, wenn du halt nicht weiterkommst, trotz diesem Programm, trotz Belgrad, trotz Bratislava, trotz Bern, dann hast du am Ende Tages auch nicht verdient, in der Champions League weiterzukommen, so ehrlich müssen wir auch sein, dann ist es halt so, dann kommst du eben nicht weiter in der Champions League, ähm, was ich schade fände, weil wie gesagt, nach den Partien ist es drin, bisher warst du eigentlich vollkommen im Lot, würde ich zumindest sagen, Madrid, Pleite, ja, passiert, danach, Prag, ja, vielleicht ging es davon aus, dass das Spiel gewinnst, also bei drei Punkten war nur einer, dafür gewinnst du Juve, wo du vielleicht eher mit einer Pleite rechnest, danach bist du bei vier Punkten, quasi einer mehr als gerade vorgerechnet oder vorgeplant, Atalanta kann es vielleicht zu Hause noch einen Punkt holen, ja, aber da zu verlieren ist es auch keine Schande und das Spiel war auch keine Schande, für den wir warst du eigentlich vor diesem Belgrad-Spiel quasi genau da, wo man stehen könnte, nach den Spielen prognosemäßig oder vielleicht sogar einen Punkt mehr als das, jetzt hättest du halt den Belgrad mal mindestens mit einem Punkt gerechnet, das heißt, vielleicht bist du jetzt wieder genau da, weil eben vier Punkte und du hast eher nur mit drei gerechnet, aber vielleicht eher eins drunter, einen Punkt zu wenig mal mindestens und der könnte es vielleicht kosten, ich bin auch positiv, dass wir da Bern schlagen, ich bin auch positiv, dass wir Bratislava schlagen können auswärts, ob es dann reicht, musst du gucken, ob du gegen PSG noch punkten musst, einfach punkten musst, vielleicht sogar dreifach punkten musst, ist die andere Geschichte, aber in den nächsten zwei Bs bleibe ich auch weiter positiv und auch da ganz generell zum, ja, zum Verein, zu den Spielern, zur Leistung und so weiter und so fort, wie gesagt, ich bin sauer auf das Team für die Leistung gestern in Belgrad, aber ganz grundsätzlich bleibe ich positiv, weil es gibt keinen Grund dafür, das war ein Ausrutscher, das wird ein Ausrutscher bleiben, bin ich mir ganz, ganz sicher, die Liga bleibt immer noch ein verhältnismäßig leichtes Restprogramm, immer noch liegt auch der Fokus auf der Liga, ich komme auch lieben gerne in der Champions League weiter, hätte ich gerne und nachdem, bei den acht Spielen, die du hast, bei den Gegnern, die du hast in den acht Spielen, ist es auch absolut möglich, in diese Top 24 zu kommen, von dem her fände ich es auch schade, wenn du es nicht schaffst, aber an sich ist der Fokus auf der Liga, ist ja auch ganz klar, im Pokal, auch alle Chancen weiterzukommen, Liga stehst du ordentlich da, hast weiterhin eben, ne, tabellarisch gesehen, die einfachen Gegner, als du davor hattest, Buchung geschlagen, Pflichtaufgabe erledigt, ne, so. Trotzdem natürlich weiterhin in Dreifachbelastungen, eigentlich Vierfachbelastungen in der Nationalmannschaft, merkst du, wirst du weiterhin merken, es ist einfach ein Thema, aber vom Ding her bleibe ich generell positiv, in Bremen geht es weiter, das wird auch eine harte Nuss, weil Bremen ist, auswärts ist das schwierig für uns, auch da gerne in den Podcast reinhören, da haben wir immer meine Daten zu Belgrad und auch natürlich die Daten vor Bremen, da zeigt es sich auch nochmal, das ist nicht einfach in Bremen, da haben wir nicht wirklich oft gewonnen, da kann es mit einem Punkt auch schon zufrieden sein in Bremen, danach direkt Regensburg, danach direkt Freitag, danach direkt Mittwoch, es bleibt weiter heiß, aber wie gesagt, das Spiel heute, oder das Spiel gestern, ich bleibe sauer, ich bin nicht zufrieden mit dem Auftritt, ne, aber auf grundsätzliche Kritik oder auf grundsätzliches, oje, komm mal, jetzt geht's los, jetzt schreibt man wieder bald ab, da lasse ich mich überhaupt nicht ein, ne, das auch ganz klar gesagt und auch das nochmal zum Abschluss hier, trotz allem gilt, es hängt hier hinter mir, der Schal hängt, das Champions-Riko hängt, genießen. Stuttgart international, nach 14 Jahren wieder Champions League, auch das ist trotzdem weiterhin zu genießen, wirkt spezifisch auf den Abend, darf man sauer sein, bin ich auch, aber trotzdem gilt natürlich, weiter, immer weiter und auch ihr, jetzt ab weiter in die Kommentare, eure Meinung zum Spiel, zu den Vorkommnissen, Ausblick auf Bremen, Ausblick auf den Rest, bis Weihnachten, wie auch immer ihr würgt, dass mir eure Meinung da, eure Gefühle da zum VfB aktuell, wir immer natürlich gerne auch kostenlosen Like und Abo da lassen, auch ganz klar Geschichte, würde mich sehr freuen, gerade beim Abo auf dem Weg, langsam, aber auf dem Weg zu den 10.000, das wäre eine riesen Marke für mich, für uns, deswegen würde mich sehr, sehr freuen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.